Hallo, hier ist der Profi Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Schweineschulter auslöse und zuschneide für Wurstfleisch. Das Erste, was ich mache, ich schneide da das Hachsel weg. Schauen Sie so, das geht relativ einfach. Wenn man es nach außen hat, wo der Schnitt ist, dann kann man einsalzen und dann räuchern. Für Suppe kochen ist es hervorragend. Bei dem Abziehen der Schweineschulter, ich mache das immer vorher, bevor es in den Knochen ist, dann stelle ich da einen Schnitt. Jetzt drehst du und stelle die Schulter auf. Die Schulter ist schon, der Schwein ist am Montag geschlachtet worden und heute ist Donnerstag, ist die Schwartel schon etwas angetrocknet. Dann geht es dann mit dem Abziehen ein bisschen schwerer und auch mit dem Abschwarteln. Am besten ist, wenn das Schwein am Montag geschlachtet wird und am Dienstag. Das ist so gesehen keine Hexerei. Schauen Sie? Jetzt legen wir mal die Schwarten da her. Dann schneide ich gleich den Speck auch noch weg. Das brauche ich noch zum Wursten. Jetzt drehe ich die Schulter her. Was wir da jetzt sehen, das ist jetzt die Stelze. Und da ist der Ölpunkt, das ist jetzt so her. Jetzt da ist das Gelenk. Da geht der Ölbogen. Jetzt schneide ich den Deckel. Schauen Sie, da geht so ein Fleischlappen drüber. Den mache ich drinnen gleich schon weg. Jetzt schneide ich den Ölbogen. Jetzt schneide ich von da her. Und da ist der Schulterblatt. Wenn Sie jetzt genau schauen, sehen Sie da eine Trennlinie. Da fahren Sie mit dem Messer so drauf, bis auf den Knochen. Da ist wichtig, dass man da nicht zu tief hineinschneidet. Weil dann kriegst du den Schulterblatt schwer raus. Mit dem Messer rück. Schau. Jetzt schneide ich da leicht an. Und drauf mache ich mit dem Messer rück. Ziehe ich da die Beinhardt runter. Schau. Jetzt fällt er unter das Schulterblatt. Schau. Schau, dass ich da die Beinhardt schön durchbrenne. Schau. Nein, nehme ich nicht. Sehen Sie? Schau. Schau. Die Schulterblatt ist sauber. Jetzt da die Mittelknochen wieder schon hinten rum. Hinter den Knochen schön, dass die Beinhardt durchtrennt ist. Jetzt drücke ich mit dem Ölbogen drauf. Schau, das ist ja sauber. Und dort trenne ich gleich die grobe Sehne weg. Schau. Da wollte ich noch auslösen. Sehst du das? Und da ist noch eine. Schau. Und die grobe Sehne ist nicht gleich weg. Schau, da braucht man erst mal nichts mehr. Schau. Die Sehne ist da beim Bruchten dabei. Wenn sie die Schulter so ausgelöst haben, ist sie selber. Ich schneide einmal die Stölzen weg. Legen wir da her. Da haben wir die grobe Seine ausgeschnitten. Dieses weiche Speck, das weiche Ding, was da so ist, das tun wir weg. Das tun wir weg. Ich schneide den Schulterblatt Deckel. Mit dem Schulterblattdeckel müssen wir aufpassen, da ist nämlich eine Sehne drin. Wenn die drin bleibt, da passiert nichts. Wenn eine Brühwurst machen und die Sehne drin ist, ist das überhaupt kein Problem. Die ist so weich. Das ist mein Burschtfleisch. Dann den Deckel. Schauen Sie, da ist noch ein Deckel drauf, auf der dicken Schulter. Da, die schneiden wir aber. Dahinter befindet sich immer eine Sehne, eine rechte Grobe. Und ein Stück mal noch ein Duschchenken. Wurstchtfleisch. Die Grobe Sehne schneiden wir weg. Und dann sind wir ein Stückchen von der Wadena weg. Und dann sind wir ein Stückchen von der Wadena weg. Und jetzt drehen wir es um. Jetzt nehmen wir hinten noch das restliche Fett weg. Und da, passen Sie jetzt auf, da ist die dicke Schulter und da sind sie eh nicht drin. Und Ticket außer. Und Ticket außer. Und da machen wir noch ein Schinken draus. Es ist so, wenn Sie ein Schinken draus machen, besser ist, wenn Sie jetzt eine kleine Sehne übersehen. Ist nicht so schlimm. Schlimmer ist das Fett. Weil das sieht man auch. Schau mal weg. Und dann sehen Sie hier. Und dann sehen Sie die Seite. Und dann. Und da, wir schauen uns die Seite hinweg. Und da ist auch ein Sehnen hier drin, die schnell mal raus. Sehst du, da ist ein Sehnen hier drin, die schnell mal weg. Das nehmen wir zum Wurststrich. Das machen wir wieder da hinzu. Und da ist ein Sehnen hier drin. Das ist Wurststrich. Und da war doch die Stelze. Da stellt sich so, da mache ich dann eine Bratwürstel raus. Schauend ist nur, dass die die groben Sehnen wegbringen. Weil das wird dann mit dem Fleischwolf durchfaschiert. Und dann merkt man von den Sehnen eigentlich nichts mehr. Die groben Sehnen müssen sie wegschneiden. Das ist ein Wurststrich. Das noch zum Schinken. Das ist ein Wurststrich. Und da haben wir den Speck noch dazu. So, und die Schulter ist fertig. Da haben wir noch den Speck, den wir später absparten. Da habe ich den sogenannten Salzstoß. Das ist der Salzstoß. Das sind Sehnen, das wird dann eingesalzen. Und am nächsten Tag noch der Braunschweiger oder der Tontag gemischt. Das geht niemand frei. Da haben wir das Wurstfleisch. Da habe ich ein Toast trinken. Das mag auch das Fleisch. Und da habe ich den Wurst weg. Und das sind die Knochen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Abonnieren Sie mich. Ihr Profi Metzger Ralf.